Moin Leute, jetzt kommt's zu einem neuen Video, wo mir der Producer ist, ja, ihr hört wundervolle, äh, Minecraft Musik, wollte ich schon sagen, Weihnachtsmusik im Hintergrund Musik, äh, im Hintergrund, alter, reden, im Hintergrund, ja, wir spielen, weil ich's mal gesehen hab, äh, Killing Room, und weil ich Bock drauf hab, und, ähm, ich weiß nicht, ob ich, wieso ich hier vorzelt, ne, vorzelt, das kann ich noch gar nicht drücken, ich wollte gerade sagen, Spielstart, Tutorial, Also, hier, ich hab schon Lautstärke extra weit da runter gedreht, es ist trotzdem verdammt laut, vielleicht, sollte ich einfach das Game mal über Windows leiser, aber alles gut, passt schon, wenn, wenn ich gleich in Game sterbe, dann, dann muss ich's nochmal neu machen, aber, also nochmal leiser machen, aber passt schon, ich würd sagen, wir gehen einfach mal durchs Tutorial, okay, Karteanzeigen ist auf Q, benutzen, treten ist auf E, Okay, kann ich schon hier drücken, ne, okay, drücke E, um Objekte und Personen zu, äh, ja, und spreche einmal mit der süßen Rezeptionistin, ah, ah, hallo, die Hand sieht falsch aus, als es sollte, vor allem, wenn ich sie so halb, ja, na, na, ne, wir haben dich bereits erwartet, Wie heißt du nochmal? Oh, ja, das mach ich, wie heißt, wie heißt du nochmal? Ach, Lilly, ja, ja, okay, ja, ich komm zurück, Lilly, wir sehen uns, Also, ich werd sowas von überleben, weil, ich muss ja, muss ja wieder zu Lilly zurückkommen, also, ja, gar nicht, kann ich ja nicht in den Stich lassen, einmal hier schon, direkt ein Date geklärt, okay, Die, achso, ein Dietrich, okay, so funktioniert das, einfach nur, äh, erstmal schießen, erstmal muss man nicht nur verschwinden, Hat sie gerade, shoot the bastard gesagt? Werfen, oh, oh, ich muss schon, treffen, ach, ich muss erstmal, ja, ich, ich bin schon gut im Spiel, alter, Ach, ich muss erstmal, ja, ich, ich bin schon gut im Spiel, alter, Ach, ich muss nicht, oh, das war eben, einfach nur, einfach nur Profi, Call me, Profi Hat sie, hat sie gerade gesagt, Wir verstehen uns, Lilly, wir verstehen uns Okay, 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 okay Wollt sie gerade, grab those boo boxes? Alter, was ist denn mit der los? Die ist ja richtig Ihr wisst schon, was ich meine Hm, äh, ja, ich, ich hab, ich weiß, ich hab jetzt länger kein Video gemacht, ne, War einfach, keine Ahnung, aber ich bin zwischendurch 18 geworden, also, Ah, ich darf das Will ich forschen? Ah, da muss ich eh spammen, okay Warum sind die so fett, alter? Alter Alter Alter, die, die geht ja voll ab Die geht ja voll ab, find ich gut Du hast unsere Übungslevel abgeschlossen, bitte geh zum Aufzug und versuche Killing Room zu überleben, das Publikum wartet schon Okay, dann machen wir mal das Publikum und Nicht enttäuschen Siehst du, Lilly, ist sie Lilly oder Lilly? Ach, ich glaub, sie ist Lilly, passt schon Auf jeden Fall sollen wir sie abpicken, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir überleben So, let's go Oh, direkt ne Waffe Eh Was haben wir hier? Jetzt bist du, ein nutzloses Talent Nummer 12 nehmen Wer hätte gedacht, dass du dieses Talent besitzt, jetzt musst du nur noch eine Stange finden, an der dich, äh, regeln kannst The fuck? Oh Ah, ne, ich dachte, die kann ich öffnen Ich blut den auch Nein, okay Wusste ich nicht Ist okay Kann ich hier rein? Kann ich mich entscheiden, wo ich lang will? Ach, hier ist Exit, so Aufzug, oder was? Was ist das? Äh, damit, äh, bist du unwiderstehlich für Monster Gegnerische Angriffe kosten 50%, äh, 20% deiner Gesundheit Wollte ich mich verarschen? Obwohl, nein, 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 ich bin nochmal zurück Hier waren ja noch so Seitenräume Kringen die mir irgendwas? Wow Alter Tschöter mal, Leute Krieg ich hier jetzt hier eine neue Waffe? Ist das eine andere Waffe, als die, die ich hab? Ist da eine und dieselbe? Was ist das für ein fettes Viech? Was ist das jetzt? Äh, du liebst Minderheiten, daher bekommst du diese, äh, du bekommst du diesen minderen Bonus Minus zwei, zwei, zwölf Popularität, aber es wird mir halt Rüstung geben, ne? Aber, aber, weißt du was? W, w, wir sind, wir sind, wir, wir sind Wir sind, äh, know, Guide of Popularität, oder so, wir kaufen uns nichts Die Zuschauer sollen uns lieben. Say I'm a dick for activation, was? Was sind das bitte für Aufgaben hier? Ich kann auch mal nachladen hier. Was ist mal drin hier? Alter. Puh. Aua. Das war schmerzhaft. Meine Popularität ist stabil. Kann das sein? Was? 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 Ah! Hier lebt ja noch was. Greif mich doch nicht einfach so aus München halt an, die kleinen Hunde. Ah, wieso alles, was ich mir kaufe, wieso bringt mir das nur Minus-Popularität? So. 80% Death, 200... Ach so, jetzt kann ich mir entweder... Triebe ich den grün und kriege eine Chance für 25%, dass ich sterbe, aber plus 50 Popularität oder ich mache den 80% und ich kriege... Schnell und Suizid. Ich bin nicht gestorben. Oh. Perfekt. Was kriegt der jetzt raus? Da habe ich wieder... Da habe ich wieder was verloren. Nie die Totentruhen... Was? Nicht die Toten... Nie die Totenruhe stören. Ach so. Ich soll keine Säge öffnen. Aber ich war gerade ein kleiner Hund. Okay. Gut zu wissen. Ich kann eigentlich auch einfach wirklich laufen. Aber... Nö. Hallo Leute. Hallo, ich drücke doch eher... Ich habe echt keine Munizierung mehr. Okay, Pistole haben. Unendlich Munizierung ist etwas. 2.000 Dollar. Was bringt mir das? Gibt es hier irgendwie Shops oder so? Weiß es nicht. Ah, hier ist ein... Lol. Lol. Das wusste ich ja gar nicht. Was ist das? Dann... Was ist... Cerion Spot. Die Mystery Box. Die sieht interessant aus. Äh, das ist das Ende. Doch dir ist alles egal. Selbst wenn dir... auf den Kopf fällt, du bekommst nach jedem Level Punkt weniger in allen Kategorien. Ein... Alter, nach jedem Level ein Punkt weniger in allen Kategorien. Wollte mich forschen. Wieso wird mir hier in dem... Ah, ich glaub's nicht. Bin ich blind. Wieso wird mir hier immer noch ein Fragezeichen angezeigt? Das gefällt mir nicht. Hier ist noch irgendwas. Ach, geht es nur um das Ding? Ist hier sonst nichts weiter? Das bringt mir sowieso nichts. Also doch schon, aber halt weniger Popularität und ich werde beliebt sein. Also... Oh, wer ist er denn? Ich hab nur die Pistole, ne? Ich hab grad nichts anderes als Moni. Waffe oder sonst was. Das ist ein Trap. Was soll ich denn für eine... Bitte... ...beschissene Ausdauer? Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ich glaub an mich. Alter, ich werd Killing-Wooden-Profi. Ich seh's schon. Sagt der und es ist grad mal beim ersten Endpass. Puh! Aua! Hab ich hier irgendwas zum Schmeißen und zum Explodieren lassen? Aua! Das war nicht mein Plan. Wow, das Einzige, was jetzt explodieren konnte, ist jetzt weg. Will ich verarschen? Aua! Nein! Nein, ich kenn die Linie nicht, hab ich mich gestorben. Ich glaub's nicht. Nein! Äh, was? Foto des Mädchen, das, äh, dich verlassen hat, weil du arm warst. Wenn du hier gewinnst, kannst du ihre Liebe kaufen. Also konzentri... Alter! Was sieht denn für einer? Alter! Mal wieder die Waffe. Kriegen wir wieder dieses Akrobaten-Dings? Nee. Das Specialist. Was bringt uns das? Du weißt, wie man Dinge zum Explodieren bringt, ohne selbst in die Luft zu fliegen. Du bist immun gegen Schaden von Explosionen. Oh! Das ist gut für mich. Immun-Begging. Wow, das ist, das ist, das ist gut. Uh! Direkt ausgenutzt, dass ich immun gegen Explosionsschaden bin. Das gefällt mir. Was hat er gerade gesagt? Geld nehmen. 1.500 erhalten. Die können's nehmen, ich mir. Ja, komm, wir machen's einfach. Ja, haltet die Klappe! Seid ihr nochmal hier in so einem Game drin? Beschwert euch nicht. Ich kann einen Stuhl nehmen und werfen mal was. So, erstmal nochmal schießen. Erstmal nochmal Munition verschwinden. Oh, sind alle tot. Was bist du? Matrix-Training nehmen. Was bringt mir das? Ah, ich hab irgendeine Post da. Ich bin... Zeig, wie gut du Kong Pau beherrscht. Deine Nahkampfangriffe sind viel stärker. Ich weiß nicht mehr, wie mein Nahkampf... Können wir verarschen? Das bringt mir einen verbesserter Nahkampf, wenn ich... Wenn ich nicht mal weiß, wie ich Nahkampf anwende. Also, das ist jetzt hier mal eine gute Frage, würde ich sagen. Ich lauf gerade zurück, ich Idiot. So. Wieso haben die gerade betreten Hauptraum? Habe ich irgendwas vergessen? Weil ich jetzt einfach weitergegangen bin? Habe ich irgendwas... Hä? Wieso haben die sich denn jetzt beschwert? Ich muss, ich muss Lilly abholen. Ja, nicht... Aua! Ich halte mich eigentlich... Äh... Oh, was ist das? Hier ist ja noch eins! Das hab ich nicht gesehen. Ich Idiot. Was kann ich eigentlich? Ich will diese Fliegenklatsche. Kann ich nicht auf den dritten auswählen? Äh... Weiß ich nicht. Komm, wir versuchen die Fliegenklatsche. Dafür müssen ich mich jetzt aber lieben, dass ich versuche, nicht mit einer Pistole zu kämpfen, sondern mit einer verdammten Fliegenklatsche. Leute! Die ist ja voll stark! Das hab ich jetzt nicht erwartet. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, die ist irgendwie so ein bisschen... Ist das ernsthaft ne... Ne Mausefalle? Alter, wenn ich da reinlaufe, bin ich doch tot. Ne Shotgun! Ja, nehm ich. Sorry, Fliegenklatsche, aber... Dafür krieg ich dann wieder Minus. Popularität, das kann ich nicht machen. Bad Item, plus 500... Was sag mal? Du bist zerbrechlich wie ein Schmetterlingflügel. Das kommt dich, äh, kommt dich in Killingenrum teuer zu stehen. Du nimmst 50% mehr Schaden von allen Quellen. Fuuuuck auf! Fuuuck auf! Genauso sehe ich das auch, Brudi. Äh, das schaffen wir. Für, für Lily. Let's go. Äh, wo müssen wir lang? Exakt, hier lang. Boss Room. Oh, das... Das wird jetzt witzig. Boss Room mit 50%... Oder was, das wäre 20% oder so mehr Schaden. Wir haben nur eine Scheiß-Shotgun. Okay, wir haben jetzt einen Muni für die Shotgun. Aua! Alter, ich muss noch nie mehr Schuss nachladen und los. Und ich sollte vielleicht auch versuchen zu treffen. Ich muss noch 18% leben. Das ist gar nicht gut für mich. Das war auch nicht gut. Weil das gewastet war. Ich hab auch ne Ausdauer von nem Toastbrot, Alter. Ey, Alter! Willst du, oder was? Ich hab mehr Ausdauer, hm? Komm. Willst du, oder was? Das werd ich nicht mehr so anmerken. Die Augen müssen wir explodieren lassen. Das ausschaut nicht. Oh, ich hab ihn gleich, ich hab ihn gleich. Ja! Ja! Ja, Min! Ja, Min! Was ist das? Boss Auge. Nehm. Dieses Auge besitzt übernatürliche Sehschärfe. Du bekommst ein Fadenkreuz. Oh. Oh. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich für das Mad Cat jetzt so wieder so Minuspunkte kriege. Uh, er will sich heilen. Ja, kann ich mir mal leisten. Ich brauch mal wieder mehr Leben. Sonst überlebe ich den, den, den Room nicht. Ich bin Defender. Geschenk vom Publikum. Ey, wieder dieses nutzlose Talent Nummer 12. Geld gefunden. Ja, Beliebtheit gestiegen, gesunken. 1,5. Gegenstände gefunden, alle 3 von, äh, 4 von 3. Oder 3 von 4, äh, 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 ich war okay. Anzahl, äh, Anzahl Treffer auf Schwachpunkte, 0. Ey. Äh, Schüsse, Treffer, also 47 Prozent, Fortsetzung. Das ist anscheinend nicht direkt der erste Fighting Room. So, let's go. Wer ist er denn? Oh, Schneemänner, ich glaub's nicht. Hab ich eine zweite? Ja, ich hab immer noch meine Shotgun. Die muss ich nachladen. Die haben mich grad für irgendwas ausgebucht. Ich glaub, ich hätte im ersten Raum noch was holen müssen. Nein, 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 nein. Last Beer, genau. Wie immer, alles, egal was du kaufen willst, minus 12 Popularität bringt. Ah, Trap, eigentlich nochmal. Ah, Trap, ah, Trap, also sei der automatisch nachgeladen. Ja. Ja, das, das nehme ich, du. Ich bin hier gekommen, ne, da gibt's noch einen weiteren Raum, an dem Raum. Ich glaub's nicht. Ja, aber sonst ist hier eigentlich jetzt nichts weiteres, was ich noch brauchen könnte, ne? Ja, dann gehen wir in den nächsten Raum, hier. Oh, ne, oh, ne, was ist das denn? Was ist das für ein Spider-Man-Anzug? Aua. Aua. Ja. Ich glaub, das wird halt nichts mit Lily. Ähm, ja, Anzahl Tote 2. Ich mein, etwas. Aber, Leute, ich glaub, von diesem Spiel gibt's bald nochmal eine Folge. Es hat schon Fun gemacht. Ich wollte heute erstmal nochmal reingucken. Und, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen. Voll gegen das Mikrofon schon wieder gekommen, Alter. Weihnachtsstrip. Gönnt euch, Leute. Ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Haut rein. Tschau! Tschau!